Die Show heißt Money Monster. Wer ist der Typ auf Kamera 2? Sind wir live? Ja, wir sind live. Sie haben etwas Geld verloren. Es ist alles Betrug. Wir brauchen Hilfe und zwar sofort. Er will eine Erklärung. Folgen Sie dem Geld, finden Sie den Betrug. Diese Show wird nur auf eine Weise enden. Nein! Money Monster im Kino.